ja gut im raum haben ergibt für mich zwar absolut null sinnen aber wenn sie das ding drin haben will aber ich mache hier noch ein zweites weil naja ihr wisst sicher ist sicher und hier sind sehr viele männer anwesend und den vertraue ich nicht tue ich wirklich nicht muss ich ganz ehrlich sagen aber da wartet ihr ne ist ein länglicher boom schild können wir mal herstellen lena hannes sprach hin und nicht wieder riesenhammer wie sieht es aus 10 muss ich nicht bauen aber auf jeden fall mehr auch zwei gegenstände das kann da wieder rein äh sie kriegten ja sie kriegt kronenleuchter warum nicht jetzt brauche ich aber noch fließen belagte lichtquelle schlafplatz topf alles klar sind nicht genug platz sie doch gut aus Okay. ich kenne ja das die die bieten und die um ein Eine davon. Das kann da wieder rein alles. Äh, ja. Jetzt machen wir noch Holztür dran. Ist zwar ein bisschen länglich, aber... Passt schon. Oh, und es wäre ganz prima, wenn du das Schild in meinem Zimmer mit meinem Namen beschriften könntest. Danke. Wie geht das denn? Kann man das doch aufschreiben? Ja, tatsächlich. Okay, komm mal her hier. Wenn ich da jetzt ein Scherenschild dran mache und sage, das ist mein Haus. Hä? Kommt hier doch mal jemand rein? So, werden wir jetzt mal ausprobieren, ne? Okay. Interessiert anscheinend niemand. Ja, gut. Warum auch nicht, ne? Äh, ja. Nimm die Edelman draus. Aber lass denn das Damenschild mal dran drinnen. Hoppla. Das wollte ich eigentlich nicht reinpacken. So, 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 so. Ach. Ach ja, stimmt. Fine. Mm-hmm. Ach. geil. Mm-hmm. häufig. Untertitelung des ZDF, 2020 Sekunde So, ein Topf, sagt sie, ne? Ja, ist okay Ach, dann geht der raus, oder was? Penner Oh, du, da wichser Na, geh mal her Ich hab noch ne, noch ne Quest Okay Ich hab die ganze Zeit in der Kleine Film alle gemacht Er wollte seine Sachen als erstes bekommen, weil ich sehen wollte, wie sie ihm stehen Aber er wollte sie nicht anprobieren Er meinte, er könne sich... Einen Kleiderschrank vielleicht? Oh boy Okay, ähm, dann Naja, das mit meinem Raum platzt hier sowieso Ich hab meine Hütte ja schon sowieso woanders Das ist dann schon okay Äh, ein Steinschemel ist Das da Äh, baue ich mir einen Ankleideschrank Äh, wie baue ich denn einen Ankleideschrank? Ankleideraum Äh, ah, da, Steinschrank Grober Stoff muss ich fahren Alles klar, dann muss ich diese Äh, was muss ich da? Moment, wie heißen die Skelette? Die Skelette muss ich töten Okay Dürft ja kein Problem für mich darstellen Aber Damit hier keiner mehr reinkommt Moment Entschuldigung Ganz genau So kommt hier nämlich keiner auf die Idee Nochmal bei mir ins Zimmer reinzuschneiden Ihr Fotzen Die kann ich nicht platzieren Die Strohtür ist auch unnötig Überfällig So, jetzt überlegen So Äh, hoppla Jetzt bauen wir mal den Ankleideraum Pooh Edeh Edeh machen wir wie pilis zimmer von hier oben aber nehmen wir so das war nicht die idee das auch nicht sekunde bevor ich hier was zu ende baue aber klar ist auf jeden fall ja guck mal das wird das jetzt noch die frage wie mache ich das jetzt ich kann über drei große blöcke rüber und das würde ich dann halt so machen und hier den steinschämel hinsetzen dass man sich dann da hinsetzen kann und wenn wir mal von meiner an äh quatsch gar nicht von meinen wenn wir an meinen plan denken ich gehe mal davon aus dass er zwei groß ist dann kommt hier noch ein sand äh ein erdblock hin und macht ihn vielleicht ein bisschen kleiner hier so vielleicht ähm dann schauen wir mal wir gucken jetzt erstmal dass wir uns groben stoff holen und da wir die nur bei skeletten kriegen muss ich mal gucken wo ich skelette finde auch war ja klar wie komme ich hier jetzt raus ich habe doppelt sprung ich sollte das vielleicht mal zubauen so so skelettons muss ich jetzt warten bis nacht ist Das ist schon langweilig. Äh, Ausrüstung. So. So, okay. Ja, ich bin echt angetan. Also, ich kann es nicht oft genutzt sagen, aber ich bin echt angetan von diesem Spiel. Da ist ein Skeletter. Falls die so heißen, oder Skelett? Ah, Knochen. Knochen wollte ich nicht haben. Was gibt es hier? Oh, Silber. Nehme ich mal mit. Nehme ich, wenn ich jetzt eigentlich mal so mache, ne? Mit dem Hammer. Alles klar. Jetzt wisst ihr, wie ihr farmen müsst, wenn ihr den Rundumschlag habt. Pfff. What? Bei uns glittern. Ein Kaffee auf Augenhöhe. Kein grober Stoff. So ein Wichser. Mann, ist die PS4 gerade laut. Ich habe ja extra das Fenster aufgemacht, damit sie ein bisschen durchlüftet. Mir ist sie noch nie so abge... Ist sie mir schon mal abgeschmiert? Dass sie irgendwie stehen geblieben ist? Ich glaube nicht. Ich kann nicht, dass ich mich erinnern könnte, aber... Pfff. Kann ich auch rühren. Guck mal, da sind ein bisschen Heilkräuter. Kann ich eigentlich, wenn ich im Fall bin, nochmal springen? Ja, kann ich. Okay. Was gibt es hier? Okay. Ja, ich muss hier nichts reparieren. Also, was soll ich da schlafen? Ich habe, keine Ahnung, 27 Salben mit. Ein bisschen Essen. Ja, kein Stoff. Einmal, ich brauche nur ein bisschen. Gib mir Stoff, ich brauche nur ein bisschen. Au. Okay, ich sehe jetzt auch ganz... Guck mal, ist das so vorsichtig, sieht man jetzt ganz schlecht was. Wir sind also in der Aufnahme, ist alles in Ordnung. Da sieht man auch, ihr seht mehr als ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt so komischen Schimmer da vor der Linse. Aber ist nicht schlimm. Ich hätte ja vorhin noch geguckt, ob das Spiel asynchron läuft oder eben laggt, aber kam nichts in der Aufnahme. Also, im Game Capture. Man kann sich die Aufnahme, die man gemacht hat, ja nochmal angucken. Und ich bin irgendwie am Rätseln. Wenn ich nicht mehr... Wenn ich diese... Äh, wofür man sich heil... Oder seine Heilsalbe macht. Wenn man die anpflanzt. Jetzt ist die PS4 wieder leise. Okay. Wenn man die anpflanzt. Kann... Gibt es denn eine Chance, das zu vermehren? Dass ich das vermehren... Ich probiere das mal aus hier. Kann ich hier nicht platzieren. Okay. Die auch nicht. Ja, mal kurz zur Wohnung. Schlaf nochmal schnell, damit es wieder hell wird, weil ich sehe hier echt fast gar nichts mehr. Ganz seltsam. Wir haben auf jeden Fall viel geschafft heute, finde ich. Und ich hoffe, es ist noch nicht vorbei. Aber, was mich stört... Na egal. Ich habe schon angefangen. Wie viel kann ich davon machen? Auch einmal... Lassen wir so erstmal. Ja, dafür brauche ich halt gruben Stoff, ne? Wo kriege ich gruben Stoff her? Kann ich das gucken, wenn ich da reingehe? Wo habe ich den gruben Stoff denn? So. Eine Art Lauga, die noch nicht entdeckt. Immer noch nicht. Andere Seite. Juck, das auch. Ja, ich kann leider nicht gucken, wie viel da droppt. Bisschen ärgerlich. Aber ich habe ihn ja gesehen. Ich habe gesehen, wie ein Skelett ihn getroppt hat. Daher ist es ja... Knochen, Mann. Gib mir Drogen. Äh, Stoff. Äh, ja. Wie das sagt so. Da ist ein Skelett. Noch eins. Geil. Äh, Stimmt. Wobei der Ende. Stimmt, Avarla. Asta. das wollte ich nicht das tut mir leid da stand das nicht da stand da da haben wir kurz überlebt auf einer kleinen insel direkt am rand der damdara dünnen das ist sehr weit weg aber wenn du dieses richtige teleport hättest dann könntest du okay ja dann werde ich dem wahrscheinlich okay ich krieg der arke ja ich hab's begriff ich kann die kisten mit den toten köpfen aufmachen wenn ich eben wenn ich leuten einen gefallen tue neben helfe oder was auch immer fickt euch doch alle das funktioniert so auf jeden fall besser ehrlich ist ein steiner in luft hink aber gehört dazu da hinten gehe ich dann mal hin man lassen wir ein bisschen stoff fallen also ja das meine ich so wie ich es gesagt habe jetzt zur burg will ich nicht unbedingt reisen was soll ich da jetzt komme ich hier nicht weiter weil ich so einen beschissenen stoff für behinderte kleidung fahren muss sein naja immerhin habe ich den skorpion erledigt gutes gefühl so genau hier war ja genau hier wie wir noch gar nicht mit der kunden stehen 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 das beschwere ich mich denn das ist aber schuld wenn ich hier nicht aufpasse da will ich nur da springen ja guck mal schlagart hat mir von dir erzählt du bist der bauern ich war der mensch der die macht besitzt neue dinge zu bauen 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 ich werde du könntest etwas im hand und drehen aus dem boden stammt 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 ich bin zuerst eine schaufel wenn ich ihn gerne versuchen willst geil mit einer schaufel kannst du blumen pflanzen ausgaben oder es kaputt gehen dann pflanzt pflanzt pfanzierst du sie einfach auf den boden ziehst einen zaun drumherum und zack fertig ist der lack das würde natürlich nicht helfen wenn du nicht weiß wie man eine schaufel baut wird zeigt mir wie ich eine schaufel bau hallo ich könnte glatt aus der haut fahren ich und mein nachbar wollen beide chef gärtner von hammer also weitermacht habe ich keine schock schlagart er will dass jeder von unserem garten erlegt und er ist schon fertig fertig kannst du mir helfen menschen versucht die pflanze aus dem boden zu schlagen und zu klopfen und zu hämmern aber sie bleiben einfach nicht ganz er muss eine geheime methode haben sie auf auf zu heben und wieder abzulegen ohne dass sie zerfallen wenn du sein heimdruck ausfindest kannst dann kannst du dann kannst dann hilf mir damit mein garten 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 genauso gedeiht wie seiner der sekunde hat er mir jetzt mitgeteilt wie man schaufeln baut schaufel schaufel leiter 9 ich hatte mir nämlich nicht mitgeteilt ich hatte mir nämlich nicht mitgeteilt er hat mir jetzt keine schaufel zugesteckt oder hat er gesagt kann er ja nicht machen sonst holt er rum hier brauche ich den schaufel was lässt denn du fallen eigentlich ja nicht toll da ist noch ein skelett ich glaube ich verstehe mich zu sehr auf dieses skelett skeletts skelett wie auch immer ja entscheidend haben die ja gar keinen stoff alter sie sind nicht alles junkies da komme ich wieder zur burg das sind hämmerlinge da ist eine höhle das ist gut höhlen seien immer gut aber da war schon drin das weiß ich weil ich vorhin hier schon drinnen war oh, deadlockjack oh 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 so sind nämlich ganz viele Steine 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 hopp ah ok schnell raus hier wieder so klimmen berg mal ich werde hier wahrscheinlich nicht weiter kommt wenn ich nicht weiß wo ich eine schaufel wenn ich keinen stoff kriegt man so finde ich den stoff ich sag das mit absicht so oft ist wir wussten ja noch ein ein noch aber vielleicht finden wir hier auch wieder höhen guck komm ich zu dach komm ich zu dach